Es handelt sich bei Jana um eine angeborene Herzfehlbildung. 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 Wir haben gerade ein echtes Problem mit der Kooperation. Ich will aber kein OP mehr. Gestern Nacht war da auf einmal ein Pferd. Bist du wahnsinnig? Ich kenn's doch nicht. Die gibt's ja wirklich. Ich trainiere seit über 50 Jahren Rennpferde. Aber jetzt hab ich dieses eine, extrem schnelle Pferd. Aber aus irgendeinem Grund lässt er niemanden an sich ran. Außer dich. In zwei Monaten findet ein hochdotiertes Rennen statt. Aber ich kann noch nicht mehr richtig reiten. Bis dahin bring ich dir alles bei. Das sieht total bescheuert aus. Das ist hier keine Mondenschau. Spinnst du? Das ist viel zu gefährlich. Noch ein Herzblock überlebten. Du bist so süß. Ja, die war schon. Auf dem Pferde hoch. Ich hab einfach einen Job wie alle anderen auch. Du bist aber nicht wie alle anderen. Jana! Jana? Das war schnell. Du entscheidest, ob ich lebe oder sterbe? Du kannst überhaupt nicht entscheiden, was das Richtige für dich ist. Bist du es wirklich durchziehen, was? Du hast dieses verrückte Pferd unter mir mit einem riesigen gesunden Herzen, das nur für mich schlägt. Du bist der mutigste Mensch, den ich kenne. Da ist sie! Jetzt! Wieso muss bei dir alles so anstrengend sein? Versuch's doch mal mit Fernsehgucken oder stricken. Waspisa. Waspisa.